Jetzt natürlich nicht einfach ein hohes Tempo vorzulegen und trotzdem haben wir es immer wieder geschafft, den Gegner zu stressen und uns ein paar Chancen zu erarbeiten. Aber klarerweise ist es kein schönes Fußballspiel für die Zuschauer, muss ich sagen, und das ist nicht das, was wir hier sehen wollen. Klar haben wir jetzt die vielen gelben Karten irgendwo mitbekommen, aber ja, hier geht es um alles, hier geht es um Existenzen. Und ich glaube, dann ist es ganz, ganz legitim, dass man die Zweige im Versuch führt, dass man es auch unbedingt gewinnen will. Und das war auf beiden Seiten heute so der Fall und deswegen, ich würde das Spiel jetzt nicht überdramatisieren.